Neue Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann Mehrere Frauen erheben neue Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann. Gegenüber NDR und SZ beschreiben sie, wie junge Frauen offenbar gezielt für Sex mit ihm rekrutiert werden. Zwei Frauen berichten zudem von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Es ist ein Spätnachmittag im Februar 2020 – das Konzert ist noch nicht einmal gestartet. Als Till Lindemann im Backstage einer Konzerthalle durch die Tür schaut und mit dem Finger eine »Komm her« Bewegung macht. Er wolle ihr etwas zeigen, habe Lindemann gesagt, so erinnert sich die damals 22-jährige Cynthia A. Heute im Gespräch mit NDR und »Süddeutscher Zeitung«, SZ. Einen Moment später wird Cynthia A., die in Wirklichkeit anders heißt, von Till Lindemann in einen Nebenraum geführt, die beiden haben Sex. In dem Moment habe ich nur gedacht, »Oh mein Gott, das tut weh, hoffentlich ist es bald vorbei«, sagt Cynthia A. Sie schildert, dass sie ziemlich starke Schmerzen gehabt habe und verkrampft gewesen sei. Lindemann müsse es aufgefallen sein, dass es nicht leicht war, mit mir zu schlafen. Ich habe danach auch geblutet und es hat vielleicht zehn Minuten gedauert. Es war eben Till Lindemann, alles sei, ziemlich schnell und ziemlich gewaltvoll, gewesen. Aber ich wollte eben auch nicht sagen, dass es weh tut, weil es war eben Till Lindemann. Die Frau habe nicht ausdrücklich »Nein« gesagt, sich aber extrem unwohl gefühlt. Damals ist Cynthia A. nicht zur Polizei gegangen, hat aber Freundinnen und Freunden davon erzählt. Mehrere von ihnen haben dies an Eides statt gegenüber NDR und SZ im Detail bestätigt. Cynthia A. sagt, sie habe sich lange selbst Vorwürfe gemacht. Heute bezeichnet Cynthia A. den Sex als Übergriff und als Machtmissbrauch.